Hallo von Gottschall und Sohn Haustechnik. Klimaanlagen sind ja immer mehr gefragt. Warum eigentlich? Hallo, also Klimaanlagen sind heutzutage in Deutschland auch keine Pflicht. Aber die Leute, die merken immer, früher war der Winter ziemlich lang und heutzutage ist ja eher der Sommer schon ein bisschen länger. Die warmen, schwülen Temperaturen. Und eine Klimaanlage, die gibt Komfort. Das bedeutet, wenn man schlafen möchte und dann gepflegte 24 Grad im Schlafzimmer hat, ist für den meisten Mann oder für die meisten Männer einfach zu viel. Wir brauchen so 20 Grad. Die Luft, die muss ein bisschen entfeuchtet werden. Und dafür sind die Klimaanlagen ideal. Heutzutage sind die Klimaanlagen auch kein Luxus mehr, sondern kommen auch immer mehr im Privatbereich rein. Das bedeutet, dass die Klimaanlagen eigentlich ab so 2.500 bis 3.000 Euro für die ersten Räumlichkeiten dann beginnen. Wo man eine qualitativ hohe Klimaanlage hat und 10 bis 15 Jahre locker hält. Okay, super. Dankeschön. Und wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie auf die Webseite von KKR Luven GmbH.